Zero Professor Palm Sag mal Kennst du schon die Höhle ganz im Westen dieser Stadt? Man kann dort viele Einschlagkrater von Meteoriten finden Was sehr merkwürdig ist Ich mein Wie können Meteoriten einer Höhle einschlagen? Da drüben sitzt schließlich 10 Meter massiver Fels Das hier ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe Ich will damit in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, was mit der Höhle passiert ist Ich brauche allerdings noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle Würdest du so nett sein und für mich in den Meteoritenhallen suchen? Das wäre voll super und so Was wohl heißt, wir gehen in die Höhle? Hey, dich habe ich noch nie in Seeblatt City gesehen Bist du neu hier? Nein, mit Per Woll gewaschen Ich bin bloß auf der Durchreise Du hast nicht zufällig Team Shockit gesehen? Doch, ich habe hier nämlich ein tolles Kostüm Siehst du, ist doch cool, oder? Nicht wirklich Ich bin nicht so gut auf Team Shockit zu sprechen Kein Team Shockit? Also für dich kann ich alles sein Ich glaube, ich sollte besser gehen Es ist so gut Einfach nur so gut Es ist echt böse an sich, um so viele Bäume zu kümmern Ja Ich wünsch dir nur, es wären Ostbäume Damit ich etwas von der ganzen Pflege habe Ja, das wäre toll Ja Was zur Hölle ist das denn? Ich liebe Menschen Nur Leute kann ich nicht aufstehen Das ist kein Mensch mehr Oh, die Arena Vor ich Orden semmel Sollte ich erstmal das E und das Pokémon zurückholen Okay Meteor Hall Das seht ihr jetzt für eine halbe Stunde circa Während ich hier diese Musik genieße Oh, ist das toll Ich speichere noch kurz Die gefällt mir richtig gut Flop, Flop Hm, war das so gut? Ach, egal Jetzt gucken wir einfach, was uns hier erwartet Okay, da kommen wir noch hier hin Flop, Flop Ich bin auf dem Mond Oder so ähnlich Vielleicht war es auch nur ein hüpfendes Geobats Wer weiß Dumm, 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 dumm Ich will es nicht ausprobieren Oh Wo kommen wir denn hier raus? Ah, das ist eine Falle Oh, Spiel, du bist scheiße Richtig Nicht gut scheiße, sondern scheiße, scheiße So richtig scheiße Ich meine, wenn man scheiße sich vorstellt So als, als Körper an sich Dann ist das doch viel beschissener Es ist scheiße, die geschissen wird So scheiße ist das Nein, eigentlich nicht So, jetzt sind wir hier oben dann Nachdem wir von der Höhle ein bisschen veralbert wurden Und, ah Sonderbonbon Ich könnte eigentlich Aber es rentiert sich halt nicht Nö Es rentiert sich ganz und gar nicht Komm Wo sind denn hier die Pokémon Die Pixie Oder Äh Namen Vergessen Meteorit Wer hat diesen Stein Ein Pokéball gepresst? Reife Leistung Ja, wir machten sowas Allgemein Wer tut die ganzen Items Und Pokéballe hier reinpressen? Was sind das für Leute? Hm Es geht hier weiter hoch Na dann gucken wir mal Alte Villa Was gibt's denn hier im Gras mit Pokémon? Ein Zwirrlicht Ich Guck mal Ich wollte doch Okay Du hast es nicht anders gewollt Ich will das haben Ich will das jetzt haben Ja Unlicht bringt brutal Viel bestimmt gegen ihn Komm Ich muss den nur ein bisschen verletzen Ja Das tut ganz gut Eine Aqua Knarre noch Und dann Aua Das könnte schmerzhaft werden Aber ich hab ja Ein super Ball Hätte ich vielleicht noch früher schon einsetzen können Wer weiß Ich mag Geist Pokémon Und Zwirrlicht war Okay Hier gibt's nur Einen Typen Stimmt Geist Stauner Und Nachtnebel Oh Mann 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 Also ich mach jetzt erstmal eins Ich tue meinen kleinen Stellen jetzt Ne Das wäre Verschwendung Ich sollte Mal gucken Verfluchte Villa Kunterbund Oh nein Ein Zwirrlicht Ich hab mir Tränke kaufen sollen Ich Professor Nachregal Wer braucht schon Tränke Oh Ein Zwirrlicht Stufe 18 Oh Mann Konfusionsstrahl Ähm Ja Schlagkartank bringt brutal viel gegen Ein Geist Pokémon Na Komm Nein Nein Blödes Erstauner Geht doch Äh ja Psycho Pokémon Die fehlen mir irgendwie noch Das ist somit zweitliepster Typ Psycho und Geist Die beiden sind so Ja Ist einfach nur Epic Kann ich jetzt wenigstens Danke Sonderbonbon So viele Sonderbonbons Oh Oh Das Kenn ich sogar gar nicht Das Pokémon Zwirrlicht wohl Verflucht Also ich merke ich Ja Ich hab viel zu wenig bisher gespielt Noch Also ich kenn eben Pokémon kenn ich die Blaue Edition Die Gelbe Die goldene Und jetzt halt von Ein paar Let's Plays Noch XY Alles andere Dazwischen Ja Hab ich nie gespielt Ähm Kann bei übermäßig verzerrt wird wirken Ähm Ich hab halt die Hoffnung Dass er sich Entwickelt Hm Voodoo Komm Sherlock erreicht Stufe 17 Das ist immer auch nicht schlecht Äh Was soll's Da ist wieder er Oh nein Hilfe Einschappelt Da guck ich mal Was du noch für ein Typ bist Oh nein Weißes Licht Oh no Pac-Man Plus Oh Ich hab schon ewig Kein Pac-Man mehr gespielt Ich weiß nicht Ob das was wird Die alten Pac-Man-Skills auspacken Ist Pac-Man euch früher gesuchtet Aber es ist wie gesagt Schon so lange her Es spielt sich ja mit dem Gamepad So ein bisschen schwammig Äh Verdammt Ich wollte doch den Ball einsammeln Vorhaben Das war dumm Das war dumm Das stimmt Das ging ja auch Voll gut Das wär voll die Verschwendung jetzt Na komm schon Kommt Komm Machen wir direkt weiter So Wir hängen sie alle ab Wow Help me Oh das war mies Voll umzüngelt Okay 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 I got this shit Voll schlecht gewesen Was ist denn hier ist denn Was ist denn Hier liegen 1000 Poké-Dollar Muss wohl so etwas wie Preisgeld sein Ja Komm ich will mein Schapett haben Dann bin ich ja mal weg Nope Na Komm So Und tschüss Hä Was ist jetzt Kaputt Die Villa verarscht mich doch Ich hab doch grad gar nichts gemacht Ich will doch nur Pokémon fangen Man Na gut Dann futtern wir sie halt alle auf Ah Hilfe Okay 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 Jetzt nochmal Um die Wette fressen Oh ich bin hier umzingelt Von Zwirlicht Und es ist wieder da So Miese Sache Ja komm Danke So Und jetzt will ich einfach nur mein Pokémon fangen Danke Dung Nochmal Dung Aua Tauschen So Und Pokéball Juhu Shuppelt wurde auf die Box Skill Genau So Dann muss ich mir noch aussuchen Welches Geister Pokémon ich dann nehme Aua I want to be the very best That no one ever was To catch them is my real death The training is my guide Joy I will travel across the land Searched for and wide I'm sure the kid For you I will travel across the land Jesus Woo And I'm still in the forest Before I wrap this tree To them around It is fine I know it not finally Time to fall and look at it Love it 사랑 on me Fire on me Untertitelung des ZDF, 2020